Und den schnellsten Weg zum letzten. Letztes Jahr. Hier siegreich. Diese beiden. Können die das wiederholen? Dafür drücken wir ihm so fest die Daumen. Mario Stevens. Landano OLD. So rum und weiter. Die Oldenburger Fans, sie stehen zu ihm, sie halten zu ihm. Sie fiebern mit ihm und pushen ihn jetzt an. 30, 31, 32. Er kommt ins Ziel geflogen mit 34, 4, 5 Sekunden. Der fightet und kämpft und darf jetzt seinen Helm in den Oldenburger, in seinen Oldenburger Himmel strecken. Letztes Jahr waren die beiden siegreich und dieses Jahr holen die sich wieder, wieder mal den Sieg vor heimischem Publikum. Seine Frau, seine Frau mit Tochter auf dem Arm, freut sich und fiebert natürlich mit ihm. Ja, wer solche... Ja, wer...